Bilder vom Wrack an der Unfallstelle. Ein Segelboot gestrandet am Ufer der Insel San Clemente an der kalifornischen Küste. Das Boot hatte das Notsignal Mayday Freitagnacht ausgesendet, die Küstenwache konnte die Segeljacht daraufhin orten. Diese Nachtsichtbilder zeigen, wie sich Rettungskräfte von einem Hubschrauber abseilen, auf der Suche nach Überlebenden. Es war ein fataler Seenotfall während einer stürmischen Inselregatta. Die 9 Meter Yacht drohte im schweren Seegang vor der Küste Kaliforniens auseinanderzubrechen, zuvor war das Schiffsteuer ausgefallen. Das manövrierunfähige Segelboot zerbarst am felsigen Meeresufer. Ein 36-jähriges Mitglied der Besatzung kam dabei ums Leben. Die Küstenwache konnte fünf weitere Crewmitglieder retten. Wie diese Aufnahmen zeigen, wurden sie in den Hubschrauber hinaufgezogen und daraufhin in ein Krankenhaus in San Diego gebracht. Ihr Zustand ist derzeit noch unklar.